Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong. Ja, da sind noch bei Münskers, die Homas natürlich, dann schau ich mal, bis wir da runterjumpen und hochkommen können wir nicht, das heißt, wir müssen das ja alles oben erledigen, ist jetzt nicht das Problem, das heißt, Tiny, Donkey Kong und dann runter springen, dann haben wir es da, zuck, so. Wuhuuuhu. Mit ihr haben wir ein kleines Wettrenn anscheinen, anscheinen scheinen scheinen scheinen. Blub. Blup! Mich nur erscheint sogar als es wird ein Sein absetzen. Weg! Ich will die nämlich haben. Nicht hauen und nicht beißen. Kleines Ferkel, du. Kipp! 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 Ich höre mal so ein kleines Käfer, wäre drin wieder. Oh, da ist eine blaue Banane gewesen. Hä? Was ist das? Ah. Ah, guck mal, der kleine Flitzer, das kennen wir, glaube ich. Okay, nice. Set auf die Reels, tiny in that way. This gold one, okay. Collecting coins, then press set to speed and usage. Okay. Okay, das ist das Ding. Okay, das ist das Ding. Okay, das ist das Ding. Okay, das ist ein Ding. See you, Nova. da haben wir gewonnen und wir haben zwölf Münzen sogar eingesammelt nicht traurig ist mein kleiner Rennwagen, das war sehr lustig aber ich möchte gerne meinen Preis haben, meine Banane das heißt, Tiny liegt dem Vorsprung fehlen und ich glaube Lanky, der hat ja auch vor sein Scheibchen bekommen der müsste auch soweit sein mein neustes Rennen, fand ich ganz geil da unten ist noch eine Lanky Banane das habe ich die answer vergessen, okay die müssen uns natürlich holen ich möchte ja keine Banane verpassen ich würde schon gerne 100% fast in jedem Level haben oder beziehungsweise komplett 100% erreichen aber wir werden einige Dinge verpassen paar einige, die ich glaube auch noch nicht mal schaffen was hier mag wohl daran liegen, weil diese Emulation zu 99,99% fertig ist aber nicht alle Bilder da sind das sieht man manchmal bei den Feen ja da gibt es ja keine richtigen Bilder für oder hier beim Minigame jetzt hier gerade gab es keine richtigen Spiele oder keinen richtigen Speicher vielleicht zu quachen das weiß ich nicht aber das macht ja nichts ich will einen guten Schnitt haben sagen wir mal so 50% werden wir auf jeden Fall erreichen aber sonst sehen wir es mal wir können es ja glaube ich sogar am Anfang sehen wie viel Prozent oder wie weit man allgemein ist ah ne, ich muss ja wieder hier mit seinem da bis Süßchen draus stehen so, es gibt ein neues Bild neues Glück was ist denn diesmal dran oh, da öffnen sich jetzt die Kammern hier ah ok na gut bleib ruhig Möp 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 Na jetzt schmeiß'n sie mal runter Ich habe gar nicht gehört, dass sie jemand geschmissen hat gar nichts mehr mitbekommen gehen wir mit Chunky? ich glaube möglich ist ja glaube ich egal mit wem Ah Ich will doch nicht nach dem Motto Du wirst da aber Na komm so disco arena um und nein mal noch mal disco es ist ein kleines Nicht hauen. Nein, wir hätten es fast übergelten Stirn. Okay, jetzt ist Donkey Kong dran. Weil ich immerhin gleich sowieso muss. Ah, ja. Schwierig. Was soll ich denn, glaub ich, wieder volles Leben? Na, na, naanimo. Bananimo. Ich mach gleich auf jeden Fall die nächste Folge. Können wir schauen, ob wir was für da weiterkommen? Und falls uns nicht so viel mehr einfällt, werde ich auf jeden Fall den Boss machen. Bin ich gespannt. So, wartet irgendwas Robo-Tab mäßig, tippe ich mal. So. Ich bin ein Lied. Schür... Fassepaun. Okay. Disco. deckt aber eine runde das auch aber mal aufladen da ist die krone weil dann krone ich kann das auch gehört ich habe auf uhr und bleibt soll ich will das noch in dem gang gut wir schauen uns in den gang hier ganz gemütlich an das auch wenn das rd zeichen ich würde sagen ich hoffe es hat euch die folge gefallen wir sehen uns beim nächsten mal mit kong 64